Ich finde Jesuit Karl ist ein unglaublich beeindruckender Film. Intensiv, gewaltig, politisch, aktuell, herzergreifend. Der erste Eindruck ist wahnsinnig bedrückend. Er ist so schwer auf eine Art, aber gleichzeitig erregt auch unfassbar zum Nachdenken an und wirkt noch unglaublich lange nach. Ich finde, er ist wahnsinnig gut gespielt und das hat mich ganz schön mitgenommen. Echt. Der Film ist jetzt gerade wichtig, weil wir eigentlich jetzt in der politischen Situation stecken, in der es eben in die eine oder die andere Richtung kippen könnte, beziehungsweise in der man wirklich Angst haben muss, dass es sich vielleicht irgendwann dahin entwickelt. Es kann sein, dass wenn wir jetzt nicht aufpassen und unsere Köpfe in die richtige Richtung ausrichten, dass es dann halt wirklich ziemlich stark den Bach runter geht. Das wollen wir alle nicht.